Ach, Romatra, Digga, wir sind doch ein Team, Mann. Was ist denn? Ach, Mann, Romatra, das ist so unnötig. Wirklich, Alter. Ich kann uns alle kranke Waffen machen. Daumen, 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 daumen. Wir sind oben auf dem Berg, oben auf dem Berg. Hele in unserer Welt. Hele, hele, hele. Ich hab einen Flammenwerfer. Let's go! Hey, Jungs, jetzt mal ganz kurz. Guck mal, wir sind doch hier gerade im Team. Hallo, hallo, hallo. Wir sind doch hier gerade im Team. Wir sind ja gerade hier im Team. Ja, wir sind zwei Psychos. Ja, wie wäre es denn, wenn wir einfach als Team ein gemeinsames Ziel... Und wir können dir nicht töten, du dummen Kopf. Wenn wir als Team ein gemeinsames Ziel formulieren. Ich will trinken. Danke, Max. Haltet ein, Fremder. Hallo. Hey, hey, hey. Hey, wir müssen wieder in ein Team, ne? Alles klar, wir sind ein Team. Ja, Romatra macht das. Okay. Sag mal, bist du dumm, hast du Feuer in der Bude gemacht? Ich zieh dir einen mit einem Streitkopf und... Ich brenn dir das Fleisch, ey. Revi. Ja? Äh, Kanten ist das hier vorne an deine Base. Bau mir zusammen ein und du hilfst mir. Äh, bau bitte ein bisschen... Bau direkt ähm... Zwischen uns oder neben uns am besten. Aber nicht hier direkt. Weißt du? Weil ich vergrößere jetzt kurz. Ja, wie meinst du? Ich... Das ist hier dein Haus, der Strubbel? Das ist unser von Trimax. Wir bauen hier zusammen. Ey, das sieht gut aus. Danke. Wir machen ein bisschen... Ist Max auch dabei? Ja. Max, bist du auch dabei? Ja, ja, der ist nebenan. Warum können wir ja ein bisschen Scrap fahren gehen? Oh, Junge, geil. Finally. Hallo? Hallo? Wer ist da? Revi. Wer ist da? Das geht. Nackte. Hallo, Romatra. Hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt Spaß. Hast du dein Hübsches auf dem Kopf? Hast du eine Kerze auf dem Kopf? Wie süß. Ja, Romantra ist unsere... Romantra ist unsere Lampe. Der steht in meiner Ecke. Sollen wir euch was singen? Okay, Romantra, du singst. Ich spiele. Ja, bitte. Oh, das ist ja nett. Kannst du dieses Lied singen, was diese Kerze von... Schön und das Biest gesungen hat, bitte? Oh, ja. Oh, willkommen in unserer Base. Wir sind eigentlich ein Team. Bauen aber zwei Häuser, weil wir uns hassen. Unser Schmäker. Ich hab nicht mal... Danke, danke. Ja, 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 ja. Ich komm nicht mal bei dem... Ich komm nicht mal bei dem rein. Der Pen hat mir nicht mal seinen Türcode gegeben. Romantra, Romantra. Kannst du mal aufmachen? Darf ich dein Level 2? Darf ich dein Level 2 Werkwagen benutzen? Ich hab keinen Level 2 Werkwagen. Sicher? Romantra, hör mir mal zu. Wie viel Scrap hast du? Ich weiß, das ist ein sensibles Thema. Das ist ein sehr sensibles Thema, weil immer noch... Sicherung, Sicherung. Ich weiß, Romantra. Aber wenn wir zusammen... Ich hab 80 Scrap gerade. Okay, wenn wir zusammenlegen, könnten wir uns eine Level 2 Werkwagen holen. Ich hab eine Level 2 Werkwagen. Darf ich die mal benutzen? Ja, komm mit. Romantra, bitte. Das kostet jetzt leider. Och, Romantra, Digga. Wir sind doch ein Team, Mann. Was ist das? Och, Mann, Romantra. Das ist so unnötig. Wirklich, Alter. Das nervt mich, Mann. Ich find das schade. Wir sind ein Team. Woher wusstest du das? Weil Max eben rumgeschrien hat, dass er da ran will. Deshalb. Max... Ach, Romantra. Junge. Komm rein, Benutzi. Komm rein, Benutzi. Ich hab eine Level 2 Werkbank. Ey. Hoch, hoch. Danke, Romantra, ehrlich. Hättest du eine Level 2 Werkbank? Raus, raus mit dir. Du weißt nicht, was du machen musst. Ey. Schade dein Verhalten, wirklich. Ich kann dir halt nicht vertrauen. Du hast Sachen gemacht, die mein Vertrauen an dich... Ja, 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 ja. Warum teamt ihr nicht? Mann, ich würde so gerne teamen, aber ich verstehe halt nicht, was Romantras Problem ist. Romantra ist so sauer, Alter. Romantra ist so unendlich sauer. Ich find's auch sauschade. Leute, Trimax ist im Fight, Leute. Trimax ist im Fight. Wir müssen dem helfen. Hallo, hallo, hallo. Krieg. Krieg ist gewonnen. Wir haben Carlo und Antonia getötet. Wie geil. Wie geil. Dann lass den Hand gehen. Wir haben's echt geschafft. Romantra. Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne auf dem Pferd. Da vorne, da vorne. Hey, Wester, Wester. Das ist er, das ist er, das ist er. Wester. Das ist Wlesk. Okay, Romantra, Romantra, Romantra. Romantra, bleib mal mit dir stehen. Romantra. Romantra. Ich geb dir einen Scrap wieder. Den Rest kriegst du gleich in der Base. Ich geb dir alles wieder. Wir sind ab jetzt wieder ein Team, okay? Ich war extra farm für dich. Okay. Wow. Fabo, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mit. Fabo, komm mal mit. Wie stark. Ich hab was gecheckt. Ich hab den Ofen in Betrieb gemacht. Und jetzt kriegen wir, wir kriegen jetzt glaube ich Öl. Ja, wir kriegen Kraftstoff daraus. Wie geil. Aus Rohöl. Ist doch voll gut. Ich hab die Red Card. Fabo, ist da einer? Fabo, wer war das? Hat aufgelegt, keine Ahnung. Digga, wir werden gleich angegriffen. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Hallo. Die wissen, dass wir hier sind. Ich hab die Red Card. Ab dafür. Komm, schnell zu den Pferden. Schnell zu den Pferden. Zu den Pferden, zu den Pferden. Ab dafür. Ab dafür. Ab dafür. Ja, Chef Strobel. Komm, komm, komm. Hallo? Wer ist da? Was machst du hier, du Ekelhafter? Hä, Stegi, was machst du hier im Wald? Hol dir eure Pferde? Ja. Sind das eure Pferde? Digga. Was denn, Bro? Ich wollte gerade eure Pferde verkaufen, Digga. Nein, bitte nicht. Hä? Nee, hab ich nicht. Die stehen da noch, Digga. What the fuck? Ich hab random eure Pferde gefunden. Hier hinten sind sie. Aber nicht töten, okay? Bro, wir sind über low. Nee, hab ich nicht. Was ist das für eine krasse Knarre? Naja, nicht dabei. Kannst du mir eine geben davon? Nein, die sind teuer, Revi. Aber ich bin nicht Norman. Wenn du willst, kannst du mal mitkommen. Ich hätte schon noch Waffen. Ja, aber... Stegi, guck mal, ich geb dir diesen Hut. Bro, das ist der von Crocodile Danti. Ja, da kann ich echt nicht neins sagen. Alter, das Licht blendet voll von der Knarre. Ist es egal, was für ne Waffe? Ja, irgendwas. Ist es egal, was für ne Waffe? Ich hab so'n Knüppel nur. Guck mal, guck mal, guck mich an, wie ich aussehe, Bro. Woah! Geil! Ist das ne Shotgun? Ja, ein Messer liegt da auch noch da. Ja. Schießt mir einfach nicht in den Kopf, Bro. Wo ist das? Digga, das ist ja wie bei CSGO! Woah! Schnell rein, komm. Kannst du einen Airdrop holen? Ja, ich kann einen Airdrop callen. Ich kann die Waffetz researchen, da haben wir MGs. Ey, Reeps, Romatra, hallo Jungs, 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 wir haben MGs. Wir haben MGs. Strobel hier. Wir haben die Red Key Card, mit der können wir gegen die besten NPCs kommen. Digga, was baut Revi? Hast du das Haus ja alleine gebaut, oder? Ja. Geil, oder? Was baust du immer für insane Hütten, du? Ja, lass den Airdrop zuerst nehmen. Komm, komm, call den mal. Okay. Call den, call den hier. Pass auf, da kommt man mit mir raus. Wir sehen, wie das aussieht. Ich weiß es nicht. Wie sieht der Shit aus. Nein, nein, ich weiß nicht. Nein, hier, hier, hier. Hier, hier, komm. Ich habe ihn hingeworfen. So, lasst mich aber bitte looten, ja? Weil das ist ja... Lass mich nur einmal reinschauen, was reinkommt, okay? Ja. Ja, das dauert ein bisschen. Warte, einer muss ein neues Team machen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Airdrop verteidigen, so ein bisschen. Achtung, geht mal weg, geht mal weg, geht mal weg. Na ja, der fliegt. Äh, der Airdrop kommt. Junge, wie krank ist das bitte? Lasst mich den bitte aufmachen. Das ist eigentlich Sau, Sauna. Ey, bitte, yeetet jetzt nichts raus, okay? Bitte. Ich will nichts yeetet, ich will nur sehen, was drin ist. Olaf ist ja, ist ja deiner. Nimm einfach nichts raus. Guckt einfach alle rein, aber nimmt nichts raus, nur Revy, okay? Auch du nicht, Revy, damit wir sehen, was drin ist. Nimm einfach erstmal nichts raus und jeder sieht ja, was drin ist. Junge, da kommt der, wie geil. Hey, das ist Trimex an einem Fallschirm. Das ist Trimex. Wo hat Trimex ein Fallschirm her? Was? Ja, das dauert 20 Minuten, bis der unten ist. Jetzt imagine, du callst dann wirklich in einem PvP-Ding, wo du keinen kennst und das so ein Opfer ist, die werden ja nicht ummetzen für das Ding. Ja, Bro. Das ist ja natürlich ein bisschen... Das ist ein Panzer, no cap. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bekackt. Ich habe halt keine Ahnung. Ja, kann sein. Ist der Strom für ein Panzer? Kann man erst den kaputt schießen? Nein, 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 mach mal nicht, Digga. Wir wissen nicht, was das ist. Ja, ich will. Ich gebe dir einen 10er Reaps, wer dich davon erschlagen lässt. Guck rein, ja? Lass dich erschlagen davon, Reapers. 10er. Okay, wir gucken. Aber nicht Dings, ne? Oh, stark. Oha, Bro. Ich nehme mir raus, ja? Ich muss rausgehen, ja. Was war jetzt drin? Ich glaube, was war jetzt drin? Kommt mal mit, wir gehen researchen. Ich kann jetzt MP5 bauen. Wo ist die Werkwachstufe 2? Nice. Kann ich meine bauen? Ja, kann ich gleich machen, warte. Sekunde, was war das jetzt? Ich brauche Scrap, Jungs. Was geht das hier? Ein Item nach dem anderen. Romatra, Bro. Hör mir zu, hör mir zu. Wenn wir gleich eine Level 3 Workbench machen können, okay? Ich habe gerade eine MP5 im Bauplan gelernt und die Munition durch den Loot-Drop. Ich kann uns alle kranke Waffen machen. Wenn wir eine Level 3 Workbench, ist mir egal, wo die steht, haben, okay? Dann brauche ich jetzt nur die Waffenteile. Dann kann ich uns allen Waffen und Munition machen. Ich habe jetzt alles gelernt dafür und ich habe meinen ganzen Scrap ausgegeben und ich hole dir trotzdem noch 50 und ich weiß das. Und ich habe richtig Angst, dass wir gleich hier geradet werden von ein paar Leuten, die das mitbekommen haben. Dann baue ich euch jetzt allen MP5s, saustark. Romatra? Ja? Ich gebe dir Zugriff zu meiner Base. Okay. Dann kriegst du ja auch Zugriff. Okay. Wir verbinden unsere Bases eh später, oder? Okay, lass die Workbench machen und dann let's go. Ich glaube, wir werden gleich angegriffen. Ich glaube, wir werden gleich angegriffen, to be honest. Hallo. Hallo, das ist diese andere Raid hier. Bestie. Warum? Hier sind die Rust-Stadtmusikanten. Die kenne ich. Die haben C4 dabei und sie sprengen alles in die Luft. Wer seid denn ihr? Wer seid denn ihr? Die Rust-Stadtmusikanten. Haut mal ab. Abhauen. Wir sind da immer so negativ, Alter. Die Armen, die wollen nur Musik machen. Nein, wollen die nicht. Ja, ja. Wir sind extrem, wir sind extrem. Ich glaube auch, die haben C4. Die haben C4. Ich mach, ich mach einen Banger an. Mach mal einen Banger an? Wenn das nicht gut ist, dann müsst ihr dich leider hinrichten. Oh mein Gott. Seltsam, dass ihr genau um 21 Uhr hierhin kommt, oder? Wo PvP wird erlaubt ist. Oh. Die sind übel cool. Die sind übel cool. Die sind alle drei drüben bei Max. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ey Strobel, geh mal mitgucken, bitte. Ich crafte hier schnell. Wer pennt hier? WTF, Fabo? Bist du einfach schlafen gegangen, während wir hier angegriffen werden? Ist das ein Dudelsack? Digga, ich hab geregelt. Hast du gerade gefragt, ob das ein Dudelsack ist, Chef Strobel? Soll ich dir mal den Kopf schießen? Bro, das ist doch kein Dudelsack. Das ist doch nämlich ein Dudelsack. Das ist eine Tuba, Bro. Was? Sag, der ist das eigentlich? Oh, der Dudelsack, Mann. Dein Pferd ist nicht kastriert, Peter. Soll ich es kastrieren? Nein! Okay. Ich wollte nur Wasser holen. Okay. Alter, nicht mein Pferd kastrieren lassen. Okay. Romatra, Romatra, schau mal. Romatra, deine Base, guck mal. Deine Base ist so, wie sie jetzt ist, raidbar. Pass auf. Guck mal hier. Du nimmst ein Pferd, parkst dich hier dran. Dann geht einer auf das Pferd, kniet sich auf das Pferd hin. Und dann kannst du hier schon oben durch die Fenster rein. Siehst du das? Da kann ich mich sehen. Einer. Spring hoch, Romatra, spring hoch auf mich. So, jetzt bist du oben, jetzt kannst du durchs Fenster reinjumpen. Oh. Das ist das Ding, Romatra. Wir können nicht los. Wir können nicht los. Wir können nicht los. Es müssen zwei Leute hier bleiben. No joke. Bitte, Romatra. Dann raiden sie uns. Max, dann sind alles weg. What the f***? Dann raiden sie uns. Du sagst, jetzt geht's los. Ich dachte, er haut jetzt vielleicht mal ein paar Mal Planner auf die F*** oder so. Nee, wir gehen jetzt einen Auftrag erledigen. Weißt du? Achso. Na gut. Viel Spaß dabei. Peter, Peter. Was denn? Willst du unsere Base beschützen, während wir weg sind? Ich hab jetzt selber zu tun. Wir gehen jetzt auch irgendwie NPCs killen oder so. Hä? Was ist denn mit eurer Base? Ist das nicht gut genug? Ja, aber kann man einfach los? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hingehen. Ja, kommt Jungs. Wir gehen alle Sch*** drauf. Let's go. Kommt. Wir gehen alle. Jungs, auf geht's. Wir gehen los. Kommt. Wir reiten. Wir reiten. Jungs, auf. Folgt mir bitte vorsichtig mit den Basen da oben. Vorsichtig. Habt ihr geschaut? Sag mal. Wieso sind die überhaupt sauer auf dich? Auf mich nicht. Der hat einfach die AK von Evive genommen. Und deshalb ist der Evive natürlich pisst. Die AK von Evive. Wer hat die genommen? Trimax natürlich. Wer sonst? Und jetzt müssen wir das als Gruppe hier ausbaden. Und dann hat er die uns vorbeigebracht. Ja, jetzt habt ihr die. Ist eigentlich auch geil, ne? Ja, aber ihr kriegt die gleich auch wieder. Lol, ist es die AK, um die wir uns jetzt prügeln? Ja, ja. Das ist die von Evive, Alter. Okay, ich guck mal, ob ich mich hier irgendwo auf dem Berg platzieren kann. Wär ja geil, wenn die nicht wissen, dass wir da sind. Ja, hier vorne bei den Steinen. Guck mal hier. Die Piet's absolute Ehrenmänner, Digga. Wirklich. Da oben, da oben, da oben, da oben. 20 auf 20 auf 20 auf 20 auf 20. Oben auf dem Berg. Der ist von uns, der ist von uns, der ist von uns. Okay. Das ist unserer, das ist unserer. Sorry, 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 sorry. Baby, das ist Angelo. Sorry. Da unten rennt einer, da unten rennt einer. Wer ist das? Das ist Paul, das ist Paul, das ist Paul. Okay, der ist von eurem Team. Okay, gut. Grüner, grüner freundlicher. Vorne läuft niemand. Vorne 140 rennt jemand. Wo soll die denn sein? Da hinten geradezu sind es zwei, geradezu sind es zwei auf 150. Ja, ganz hinten. 150, ja. Nee, nee, die durften nicht. Da vorne reitet jemand da vorne. 150, 150. Strobel, was machst du hier? Die sind da, die sind da. Bei uns. Die haben Max gefunden. Ja, vorne an der Tankstelle. Da waren sie gerade alle. Ja, dann müssen wir hin. Ja, ich hab nix. Ich hab ja nix. Nimm dir den Nagel, Person und Yalla. Ja, wie soll ich helfen? Komm ich an, ich hab ne Axt. Mach Tür zu, Tür zu. Ich hab auch fast geleben mehr. Ich lieg hier noch auf dem Boot. Die haben auf einmal geschossen. Ich lieg hier oben. Hallo? Hallo? Ich bin da. Alles gut, alles gut. Max, Max, ich hol dich hoch. Alles gut, alles gut. Warte, warte, warte. Leben hier oben. Ich hab den anderen letzten gemacht. Ich hab den letzten gemacht. Super. Haben wir die alle getötet? Der große der Kampf. Ja, easy. Digga, was? Wir sind da gesucht. Let's go! Ich hab nen Flammwerfer. 50 EP fiel die ganze Gruppe. Ich hab's gecarried. Ich hab's. Holy shit, was haben die alles? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Was nicht? Hat Revi... Wer hat der Vive abgeknallt? Trimax. Wer hat der Vive jetzt getötet? Trimax war das. Trimax. So, ich hab ich jetzt. Vive hab ich getötet zum Beispiel. Ja, und das war der First Kill. Das war der, das war der Start. Ey, die werden doch jetzt safe angreifen. Äh, angreifen. Ich, ich wollte es nur, ich wollte es nur sagen. Ich gehöre nicht. Keanu Reeves und Keanu Reeves hat in Wirklichkeit ne Katze. André, ich schneide dich gleich ab. Ich schließe da gerne den Kopf. Ich verbrenne dich bei lebendigem Leib. Ich hab Flammwerfer. Du weißt, du weißt, wie Memo ist. Du weißt, wie Memo ist. Du weißt, wie Memo ist, Digga. Das war ein großer Fehler. Guck mal. Guck da. Den hast du von Stein geklaut. Ja, hab ich. Du bist mächtiger, du bist cooler als ich. Aber lass mich am Leben. Okay. Wo hab ich jetzt den Pfeil gekassiert, bitte? Wir müssen... Ich weiß nicht. Von der Tankstelle, oder? Ja, ja. Wir müssen jetzt mal... Retreat in unsere Base. Retreat in die Base. Retreat in die Base. Wir werden angegriffen aus der Ferne. Wir werden angegriffen. Wo sind die denn? Richtig, bevor ich den Stein mitgenommen habe. Ja, Romatra. Same Romatra. Von der Tankstelle kam ein Pfeil. In der Tankstelle kam ein Pfeil. In der Tankstelle kam ein Pfeil. Schau auf mein Pferd. Schau auf mein Pferd. Wo weißt du, dass es Tankstelle ist? Weil von da der einzige Schuss gekommen sein kann. Als Hopfen von hinten gekommen ist. Ja, Digga. Ja, jetzt geht's, Alter. Er ist los, ne? Die haben doch jetzt nichts, oder? Ja, Bro, natürlich haben die noch. Die sind oben auf dem Berg. Oben auf dem Berg. Oben auf dem Berg sind zwei Spiele. Das ist André und noch ein anderer mit einer Trompete. Oben auf dem Berg. Bei Osten. Hey, die wollen uns im Dunkeln raiden. Vorsichtig. Unter uns. Da ist jemand. Fabo. Was warst du? Da vorne. Wir haben eure AK jetzt mitgebracht. Licht hier. Leucht dich an. Wir wurden angeheuert. Der Deal ist damit beendet. Was? Nein. Bleibt bei uns. Wir brauchen eure Hilfe. Na klar. Wir haben euch beschützt. Und dafür haben wir die AK gekriegt. Die habt ihr jetzt wiederbekommen. Das war der Deal. Und jetzt seid ihr weg. Jetzt gehen wir erstmal wieder weg und bauen uns weiter auf. Gebt dem doch die AK wieder. Wir kriegen jetzt auch die Fresse, Jungs. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, ihr könnt... Gebt denen doch einfach die AK wieder jetzt. Ihr habt die AK doch. Aber hier ist doch jetzt geile Ballerei. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Ihr habt jetzt genau so eine Scheiße mit drin. Ihr habt mitgetötet. Verdammt, wir müssen jetzt zusammenhalten, Alter. Hey. Ja, wir wurden angeheuert von euch und wir sind hier legit, haben unser Deal beendet. Handschlag drauf gewesen und wir haben es erledigt. Ey, Peter, jetzt komm. Wir sind hier die Ehrenleute. Nein, Peter, jetzt... Digga, dann machen wir noch ein Deal. Ey, wenn ihr uns nochmal anheuern wollt, dann können wir da gerne drüber reden, wenn ihr uns nochmal anheuern wollt, ne? Dann ist das ja vielleicht nochmal was anderes. Aber erstmal müssen wir uns zurückziehen. Aber wir sehen uns. Viel Erfolg. Aber wir können euch rufen, wenn es was ist. Ja, wir sind... Wir sind eine gute Seitnertruppe. Im Zweifel immer am Start. An der Tankstelle wieder geschossen? Ey, die... Die playen hier Mindgames. Die playen die übelsten Mindgames. Digga, was ist denn hier los? Wie geil ist das bitte? Sorry, dass ich grad die ganze Zeit nicht so viel rede, Chat. Ich dachte Paul... What the fuck? Das kam von Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle! Tankstelle! Deiner Skin hatte Vive abgeknallt. Digga, ich komm immer zu spät, weil dieser Server so laggt. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, das war Fischkopp. Stunny ist gestorben. Der war, der war richtig. At least. Vive und... Vive und Dings sind tot. Stunny. Aber wo ist der Rest? Alle da irgendwo anders? Diese Base ist so hässlich, Alter. Diese Base ist so hässlich, Romatra. Unsere Base ist so hässlich. Alter, Gamers Time! Gamers Time! Boi, Meister! Alter, Kevin! Junge, ich! Was geht ab, Kevin, Junge? Hey, hey, hey! Da hinten schießt jemand mit'n Bogen. 50 schießt jemand mit'n Bogen. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Hab ihn! Hab ihn! Hey! Wie hier mein Loot weggegeiert wird! Hallo! Gönnt euch! Ist Favo in eurem Team? Ja, ja. Hanky! Was ist ein Teil? Hanky! Was denn? Das ist ein Heli auf unserer Base! Das ist ein Heli auf unserer Base! Das ist ein Heli auf unserer Base! Heli, 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 Heli! Jungen, lauf! What the f- Die konnten auf jeden Fall nicht durchgehen. Was war das? Die konnten nicht durchkommen. Hallo, wir wollen euch gerade helfen. Die konnten nicht durchkommen. Warte jetzt jemand hier. Hat euch jemand ausgeraubt? Die konnten nicht durchkommen, weil die Tür unten zu war. Die Tür war zu. Die konnten nicht durch. Die konnten, oh mein Gott, Digga. Nein, aber die sind doch hier oben aufgelandet. Ja, Bro, aber die sind nicht durchgekommen, weil mein Base-Design so geil ist. Aber die haben Chef Strobel. Darf man Chef Strobel jetzt seine Waffen wegnehmen? Nein, der pennt. What the f- Lass den schlafen! Darf ich auch mal mit fliegen, Marco? Oha! Ciao! Ich habe einen Flammenwerfer dabei, Marco. Wollen wir über Leute fliegen und die anzünden? Was fliegt da oben? Oh mein Gott! Hallo! Hier! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Einfach mal lanchen! Ja, ja! Rewi, was geht denn? 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 Let's go! Was ist das denn hier? Schießt die raus, schießt die raus, schießt die raus! Achtung, das ist mit Ernst! Was ist denn hier los? Ich habe auch ein Instrument mitgebracht, Jungs! Wo ist ein Sieg für... Hey! Ich kriege den Schutze! Wer schießt die? Hallo! Was ist denn jetzt hier los? Ich habe einen Flammenwerfer! Guckt mal! Achtung! Achtung! Weg! Geil, oder? Aber den kann ich dir nicht geben! Auf den muss ich aufpassen! Der ist von der Polizei! Ey, wir wohnen ja gar nicht so weit voneinander weg eigentlich, ne? Ja, das geht voll! Ja, funktioniert aber nicht! Nein, nein, nein! Er weiß, dass ich ihn nicht umbringen würde! Naja! Das würde auch nicht funktionieren, weil ich halt bessere Waffen habe wahrscheinlich! Also, guck mal! Wenn ihr jetzt schießen würdet, dann hätte ich halt hier! Und halt die! Ja, dann ist halt die noch da! Und die hier auch noch! Und das ist auch noch da! Und das noch! Und das hier! Und dann habe ich das noch! Und dann habe ich noch so eine Bombe! Also, keine Ahnung, lass es halt! Hallo, hallo, hallo! Ah, ist nur Rehwi, ist nur Rehwi! Ist nur Rehwi, der tut uns ja nichts! Aber ich habe einen Flammenwerfer! Guckt mal, Jungs! Achtung! Woah! What the fuck, Alter! Wie awesome ist das denn? Geil, ne? Warte, ich schieße noch einen Flammenwerfer gegen rein, okay? Boah, geil! Jawoll! War doch weg, ja! Ja! Jungs, ich helfe euch! Danke! Hey, gerne, Mann! Warte, 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 ich komme Flammenwerfer! Achtung! Weg da! Weg da! Polster, weg da! Ich habe keinen Benzin mehr! Es brennt! Ähm, das geht gleich weg! So ein Schild drauf, mach ein Kammerjäger! Das Feuer, das... Fischi! Wasserpistole, Fischi! Hat sich jemand Wasser? Fischi, Wasserpistole! Ah, hier! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Henki, hau ab da! Lass die Fenster in Ruhe! Hey, was soll das denn, Digga? Hat das so Sch*** gebaut? Pass auf, pass auf! Guck! Ja! Ja, ich check schon! Ja, ich seh schon! Das heißt, ich muss einfach noch eine Foundation davor setzen! Das geht nicht anders, ne? Einer muss von uns noch so Dings mal durchgrinden! So Fenster und sowas! Dass wir halt so verstärkte Fenster und sowas machen können! Weißt du? Und so Abwehrmechanismen, Holzleiter und sowas halt, ne? Gut, Romatra! Ich lock mich aus, ne? Hau rein! So, Chat! Das war wirklich, wirklich geil! Das hat echt Spaß gemacht, Mann! Wenn die Basen jetzt noch verbunden werden, Leute! Heute auf jeden Fall wirklich fett Progress gemacht! Wir haben zwei Teams auseinandergenommen! Haben Dicke gewonnen! Mega, mega geil gewesen! Hat wirklich Bock gemacht! Und damit bin ich raus, meine Freunde! Macht's gut! Vielen, vielen Dank! Seien eure Augen auf weiteres geküsst! Und ich liebe euch! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!